Was bist du? Wer bist du? Geh weg! Egal. Wir machen jetzt Dinge. Und da wo ich bin, wo kann ich denn lang? Ich kann von hier nur in die andere Richtung. Und da springt er wieder runter. Vielleicht soll ich wirklich den Jump versuchen. Das geht sich doch niemals aus. Es geht sich wirklich aus. Aber ah, scharf. Das ist Pixelarbeit. Ich bin jetzt nur gesprungen aus Mangel an Alternativen. True story. So, was haben wir da? Da ist ein Feuerdrehdingens. Rupples. Rupples. Jede Menge Stangen. Oh, ne Tür. Oh. Ich dachte, es wäre eine andere Tür. Ich glaube, das mit meinem Brain hat jetzt nachgelassen. Das mit den Rätseln sofort lösen. Ich dachte, ich bin rausgegangen. Und er hätte mich nach rechts bewegt. Und dort war eine Tür. Aber ich bin ja vorher nach links gegangen. Das habe ich anscheinend übersehen. Sehen. So, Nevi. Was hast du? Schau hier runter. Ist das nicht der Raum, in dem wir da ruhen hier getroffen haben? Ah, okay. Das heißt, dieses Ding muss ich irgendwie lösen. Wir probieren es mal mit einer Bombe. Sollte ja darunter krachen, ne? Okay, Bombe hilft nicht. Was ist das? Das ist ein Rückweg anscheinend. Gefährlich. Da will ich nicht runterfallen. Ich möchte den ganzen Weg nochmal latschen. Das habe ich mir gedacht, dass die Tür ein bisschen komisch ausschaut. Aha. So, das hier ist anscheinend ein unsichtbares Labyrinth. Ich glaube, hier kriege ich noch Lebenspunkte-Schwierigkeiten. Kompass. Ich sei Kompass. Kompass. So, und jetzt aus der Richtung komme ich. Dann muss ich in die Richtung weiter. Wow, wow. Okay, hier ist anscheinend komplett abgegrenzt. Okay, da komme ich nicht weiter. Ah, diese... Oh ja. So, dann bin ich aber mit der Hälfte schon fertig. Hä, 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 Tür. Oh. Oh Bitte bitte nur Fee OW Ah, wir nehmen dich. Sieht gut aus, sieht gut aus. Yes, so kommen wir hin. So, und jetzt... Hallo. Dich muss ich irgendwie befreien. Ist irgendwas an der Decke wieder? Plops, plops, plops. Oh. Okay, anscheinend muss ich oben was machen und komme dann wieder runter, um ihm zu helfen. Ah, jetzt bin ich in dem anderen Abschnitt. Ah, ich wollte zu den Herzen. Na, das hätte ich ja gelohnt. Nicht so, würde ich das Ding überspringen? Nein, kann ich nicht. Ah, ich kann nicht durch. Okay. Was? Timing? Da ist... Okay, da kann ich lachen. Passt. Den Merk weg ich mir. Okay. Ohne Möglichkeit der Rückkehr sind wir jetzt hier auf jeden Fall gefangen. Und dann haben wir auch schon alle Türen hier abgeklappert, wenn ich der Karte trauen darf. Bis auf die dort. Aber, das sehen wir noch. Nein! Hier muss aber eine Tür sein. Geh weg da. Fake Tür. Ha. Ich sehe doch meine Karte. Was bist du? Wer bist du? Geh weg! Was ist das? Was ist das? Jetzt ist er blau. Jetzt ist er blau. Stirb. Ich gehe in die Feile aus. Ist das ein Grün? So, ich habe keine... Ich habe keine Feile mehr. Oh. War das jetzt ein Miniboss? Oder werden das meine späteren Gegner sein, die ich eigentlich nur mit dem Hammer besiegen soll? Das ist jetzt die Frage. Ich will hier noch nicht hoch. Aua. Das tat weh. Es gibt eh nur eine Tür. Oh Mann. Hätte ich da eh hoch müssen. Entschuldigung. Ich dachte so, oh mein Gott, da hat sich die Tür geöffnet. Da muss ich hören. Und dabei war es die Tür, von der ich eh kam. Jetzt müsste ich aber schon verdammt weit oben sein. Hallo. Blinks. Okay, dann machen wir das so. So, da ist eine Tür. Aber es geht ja auch weiter rauf, oder? Nö. Okay, da bin ich wieder zu leicht, oder was? Muss da vielleicht ein Gohne drauf? So wie Ruto im anderen Dungeon. Oh, da will ich hin. Entschuldigung fürs Nichtreden. Ich musste mich gerade kurz konzentrieren. Weil sowas kann ich eigentlich überhaupt nicht. Oh, der Stahlhammer. Der war ja super gesichert. Den Hammer kenne ich übrigens auch nur aus The Wind Waker. In keinem anderen Zelda habe ich bisher einen Hammer. Ne, Blödsinn. Bei Link to the Path gibt es auch einen Hammer. So, da ich eh keine Pfeile mehr habe, benutzen wir das Ding jetzt mal als Waffe. Anstatt den Pfeilen. Hammer ist übrigens wesentlich kleiner, als ich gedacht hätte. Stopp. 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 War nicht. Bei, 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 bei Toon Link ist er doch wesentlich größer. So, der Raum ist nur da, Fitt da. Kann ich hier sonst nichts machen? Ach doch, ganz am Anfang war ja so eine Plattform. Die da vorne. Was ist, wenn ich da runterspringe? Dann lande ich wahrscheinlich bei dem Geron, was ich vorhin vorhergesagt habe. Okay. Dann bleibt uns nur das hier als Auswahl. Okay. Ja, wie vermutet kann man zerstören, aber das hatte ich mir anders vorgestellt. Okay. Na, passt. Was ist das? Was ist das? Das Zeitfenster ist immer so klein bei diesen Fledermäusen. Das ist so gemein. Worst Gegner ever. Okay, das muss ich anscheinend oben machen. Hier ist oben. Okay, und ich kann anscheinend immer auf diese Gesichter schlagen. Bis zum nächsten Mal.